Und wir sind wieder da, in diesem finsteren, bösen und gefährlichen Dungeon. Und werden uns hier jetzt umschauen, was wir hier finden können. Noch einer von... Och nee ey. Steht einer frei, wir können ihn einfach von hinten attackieren. Hoffentlich ist es wirklich so einfach, ich hab das Gefühl wir tappen in eine Falle. Zurück gibt es dich, wir sollten mit äußerster Vorsicht agieren. Ja, es sieht tatsächlich so aus. Also, wow. Minen. Doch eine Falle. Minen zu Dunfer, das find ich aber auch. Ach, weg. Bleib weg da. Okay, äh. Sehr gut. Au. Verdammt, was geht jetzt ab? Ach, ihr kennt sie doch. Sag mal, was ist eigentlich los ey? Was sind die alle? Okay. Also, glaub ich mir definitiv falsch. Äh, hallo? What the fuck? Wo bin ich? Okay. Der scheint hier gefunden. Dann... ...dreht mal... Der Titterer war's doch, oder? Mhm. Jupp. Das war der Jackpot. Sehr, sehr gut. Dann quetschen wir uns hier doch mal durch. Okay, doch, okay. Äh. Und jetzt hier. Okay. Boah. Okay. Ich kann mich erinnern. Ich kann mich erinnern. Nostalgie wird wach. Weil die Jene ein bisschen stärker sind. Sie sind alle in Position. Sie warten nur auf uns. Wenn wir da reinstürmen, nageln uns die Kämpfe in der Mitte fest. Dann reißen sie uns mit ihren Magier und ihren feinen Stücken. Erstaunlich, wie sie schnell eine derartige Formation gebildet haben. Lol, was schwebt da in der Luft? Ähm, keine Ahnung. Ich hab sowas noch nie gesehen. Wir sollten Abstand halten. Ich sag's nochmal. Die Gurag hatten bisher nie solche Taktiken. Ja, wir müssen eine Möglichkeit finden, da durchzukommen, Kalista zu retten. Ja, gut. Ähm. Was schwebt da in der Luft? Ich hab keine Ahnung, worauf der hinaus will. Ähm. Und hier würde ich keine Ahnung, worauf der ist. Super, tot. Na, danke. Ja, hab ich jetzt mal einen Heilkreis hier? Nö, kein Bock. Äh. Mach mal Schattenstich. Ja, mach einfach auf den. Ähm. Mach du Genesung, bitte. Kalista ist ja nicht mehr da, das heißt, ich muss mich voll auf Mirania verlassen. Hm. Verdammt. So. Wie die Schützen ausschalten. Schön. Hallo. Ich möchte gerne. Danke. Ach, komm. Behalte mich aber auch die Leute vom Leib, wenn ich das tun soll. Ja. Okay, jetzt wird Nägel mit Köpfen gemacht hier. Jetzt wird er vernichtet. Da ich die Magier nicht auswählen kann, irgendwie, äh, werde ich das eben so machen müssen. Ich kann auch irgendwie nicht die direkt auswählen, also mit Rot, aber so. So, genug Kopfschütze und jetzt ist er hinüber. So, jetzt der andere, der hier. Tja. Lege dich nicht mit mir an, es kommt dir teuer zu stehen, mein Freund. Und ciao. So. Au. Ist einfach noch einer. Okay, jetzt erstmal würde ich jetzt hier den Heilkreis mal ausschalten. Tatsächlich, das ist noch einer. Ha. Jetzt habe ich dich. Tja. Das war's wohl. Schön, das kann nochmal die Magier an. Das ist gut. So. Jetzt freue ich mich nur noch, um das Fussballgarten zu... Siren, stehst du mal auf, bitte? Sind noch lang nicht... Oh, was geht mit den Magiern, ey? Wo... Wo ist denn da jetzt schon wieder einer? Wo ist da jetzt... Chill, Alter. Okay, gut. Der ist erledigt und ich kriege EP. Hervorragend. Ganz ausgezeichnet. Chill. Gehen wir mal hier hin. Ja, wir kommen, Kalista. Okay. Jo. Äh, gut. Hier durchquetschen. Ja, nicht nach unten gucken. Immer. Ja, wobei doch, natürlich nach unten gucken, wir sind hier irgendwie durch. Ja, auf jeden Fall immer den geraden Blick nach vorne bewahren. Und, wir finden ins Licht. Stay in the light. Stay in the light. Okay. Ähm, Nude. Bin schon gespannt, was uns jetzt wieder erwartet. Wie es jetzt wieder weitergehen wird. Unterdessen. Oh nein. Wobei, das wirst du doch gleich kommen. Ach so, stimmt, da wo uns das Fremde geschenkt wurde. Oh nein. Der Typ, der ist soo absolut krank im Kopf. Das gibt's gar nicht. Einfach nur krank. Aber ja, hier der Seil, das Fremde damals gekriegt, als Sai Wan in Anführungszeichen gestorben ist. Ganz am Anfang, im ersten, beziehungsweise zweiten Part. Kommt. Und wir kommen auch. Und wir kommen mit Karacho. Und ich hoffe, diesmal können wir auch wirklich eine verpassen und werden nicht wieder vertröstet. Also langsam wird er schon mal richtig eins auf dem Deckel verdient. Ja. Es langweilt, weil sie das so sagen darfst du. Jetzt geht's wieder einfach außen wieder einsteigend. Es ist so sinnlos eigentlich. Speichern. Oh, gut, hier ist ein Beschwerungskreis. Da kann ich da immer gucken. Ähm, inwieweit sich ihr Training lohnt. Okay, also es dauert schon mal relativ lang, bis die Gegner kommen. Und jetzt finde ich sie nicht mal. Oh, die sind voll gepanzt. Ich glaube, der IP-Bonus war gerade wahnsinnig, oder? Ja, na gut, doch. Nicht so wahnsinnig, wie ich dachte. Ja, wo sind die jetzt? Ah, schon, schon nicht schlecht, aber hier finde ich die halt selten. Das heißt, die Kämpfe dauern wesentlich länger als bei vielen anderen Beschwerungskreisen. Wahrscheinlich werde ich dennoch hier ein bisschen trainieren. Gerade im Hinblick auf den Endfighter bekommen wird. Oh ja, 57. Okay, Leute. Ich bin dann jetzt beschäftigt, mache hier ein bisschen Offscreen-Trading. Und ja, bis gleich. So, da bin ich wieder. Alle sind jetzt auf Level 58. Das reicht mir jetzt erst einmal. Ich hätte zwar noch auf 59 gehen können, aber ich würde das reiten zuerst einmal. So, hier haben wir ein Hoas. Ich habe übrigens, ähm, zwei Kisten gefunden. Eine mit einem Reptidenreißzahmen und die andere, ähm, mit einer Reptidenklinge, glaube ich. Ich möchte aufrüsten. Ähm, jetzt probiere ich mal, wie stark der General wird mit Chrom und Gold. Oh Gott, der geht hier immer weiter, ey. Tschüss. Und immer noch weiter. Oh Gott. Der ist ja dann sogar stärker, als wenn XY, aber ich habe leider kein Genom und Gold mehr. Ähm, Did you want something? I'm glad you feel that way, but, could you please not just catapult me here on a whim? Please let me go back to my Meredith. Ja, dann geh halt, ne? Okay. Ähm, dann werden wir jetzt unseren Weg fortsetzen, nehme ich an. Nur, wohin? Ich will mal an, hier hin, oder? Sieht gut aus. Sangura kann Türen erschaffen. Ne, dürfen wir nicht. Oh, jetzt dachte ich gerade da gerade eine Rede dazu. Wo ist der Typ zum Teufel? Das gibt's doch nicht. Äh, Haie? Was zum Donner? Gute Frage. Das ist du, nicht wahr? Du liebst ihn. Ja, du scheiß Klumpen, du. Siren. Sie ist wie ein Kind. Habe ein bisschen davon. Das war, schätze ich mal, eine schlechte Idee. Siren. Ausgesprochen schlecht. Ausgesprochen schlecht. Autsch. Das ist ein mächtiger Stein. Gut. Dann halt so. Telegenöse. Haha. Ja, was sollen wir da machen? Ja, was soll ich machen? Ja, ist das aber wieder witzvoll, der. Wie soll wir das machen? Also, probieren wir's mal. Was? Äh, creepy? Creepy? What the fuck geht jetzt ab? Äh. Oh, nee. Ist das ein Dorf, wo er sich jetzt zurückversetzt fühlt? Was gebrannt hat? Was? Was ist das? Das Ding spielt ja mit der menschlichen Psyche, das haben wir gemerkt. Du bist aus dieser Stadt? Wir können keinen von euch leben lassen. Ich sehe dich! Du bist jetzt stärkerer. Ich muss sie schützen. Du hast ihn verletzt, du Scheiße! Du wirst sie bezahlen! Ich will dich schützen! Jetzt müssen wir... Jetzt rede ich jetzt deinen eigenen Freunden, beziehungsweise ich tue es, aber ich muss es tun, glaube ich. Oh Gott. Das ist grausam. So von Rache gelüstenvoll hätte ich mir für seh nicht erwartet. Oh Gott.